Das ist, äh, der Map-Ersteller hat zwei Fehler eingebaut, die kann ich mal kurz erwähnen, weil ich so freundlich bin. Äh, erstens, du hast die Game-Rules nicht ausgestellt, deswegen würde unser Chat eigentlich die ganze Zeit mit irgendwelchen Ad-Meldungen folgen. Das beim Werden, das habe ich schon ausgeschalten. Und zweitens, wenn du über die Command-Blöcke und Items gibst, musst du auch die Anzahl angeben, sonst kriegt man 64 Stück jedes Mal. Deswegen habe ich 64 Schuhe, 64 Emeralds und 64... Warum will ich jetzt immer hier raus? Telefon... Ähm, okay. Weil die Zeit aus ist, ne? Ja, ja. Was? Ich komm, ich komm jetzt dann nicht mehr mehr rein. Oder ich komm hier halt hoch, aber ich werde sofort dann... Ja, du musst halt immer warten, bis die Leitung einmal abgelaufen ist. Weißt du, wenn die am Ende ist, wird man teleportiert. Ach so. Du kannst ja auch... Nö, jetzt hab ich auch keinen Bock mehr. Du kannst ja das andere nochmal probieren. Okay. Äh, ja. Muss man halt einmal... Jetzt ging der Block am Anfang überhaupt nicht runter. Ich wurde aber zu dir teleportiert. Ach gut. Nö, der will nicht. Wahrscheinlich, weil ich das schon fertig habe. Okay. Dann springe ich hier einfach rauf. Na egal, ich springe doch nicht da rauf. Keine Lust. So, du hast es ja geschafft. Ich würde gerne noch das hier schaffen. Ja, ich muss ja noch das hier schaffen, also. Ach so. Gut, dann mache ich nochmal das andere. Würde ich nicht jedes Mal runterfallen. Au, habe ich... Oh. Gut, du bist auf den falschen Knopf, aber sonst... Ach komm. Den Sprung werde ich ja doch einmal schaffen. Kannst ja nicht annehmen. Das ist schon alles gut. Das ist schon alles machbar, muss ich ja zugeben. Ich möchte diesen einen Sprung scheinbar überhaupt nicht schaffen. Ja. Was ist denn da los? Ich glaube, da ist die Decke im Weg. Kann das sein? Ich beobachte dich mal. Ja, da ist die Decke ein bisschen nah. Das Grasdach da, oder was? Ja. Das Blätterdach. Das Blätterdach. Möchte mein Minecraft-Menschchen nicht gefallen. Oder springe es gar nicht. Die Verbindung ist auch gerade nicht so wirklich toll, weil du zuppelst hier die ganze Zeit durch die Gegend. Und die Skype-Quali ist auch gerade mal schlechter. Echt? Bei mir gar nicht. Ja. Na gut, das reicht ja. Ich verstehe dich auch so. Ich würde meinen, das schaffe ich irgendwie nicht. Aber wir haben eh 64 Stück. Werfen wir einfach mal 5 da rein. Und da 8 rein. Und dann machen wir die Klappen noch auf. Hier. Lieber Gott. Bediene dich. Wir haben mehr als genug. Nun zur nächsten Aufgabe. Das haben wir schon. Du stehst nur auf der Druckplatte, die den Text aktiviert. Ich fand die aber so schön die Aufgabe. Ja. Ist schon ein Weg aufgegangen. Okay. Ich werfe einfach mal die 64-Smaragde nach hinten. So, als hätten wir sie nicht. So. Ja. Wo ist du mein Score? Hier rein. Was? Ach, hier drüben sieht man so ein bisschen, wie er es aufgebaut hat vom Redstone her. Ach so. Einer Redstone, ja. Und Minecarts anscheinend. Ja, da ist auch eine Schiene. Vielleicht kann man da später auch noch entlangfahren und sich angucken. Keine Ahnung. So sieht es also in den Wolken aus. Ja. Ja. Da werden die Plätzchen gebacken. Zwischen all dem Redstone. Die Plätzchen? Ja. Okay, na gut. Ich weiß nicht, wo kommen bei dir denn in Wolken Plätzchen vor? Äh, kennst du es nicht, wenn die im Himmel, die Wolken so rosa in der Entfernung sind am Abend? Manchmal, weil Weihnachten ist es öfters, dass der Himmel so rosa ist. Das heißt dann, dass die Engel dann die Plätzchen backen. Ach so, nee, das wusste ich nicht. Ach so, okay, jetzt weißt du es. Ja, hier treffen noch Kulturen aufeinander. Ja, hier steht ein Buch und da steht Back. Leider treten oder zumindest bei mir hier Backs auf. Bei falscher Antwort werdet ihr in einen Turm geportet und solltet dort eigentlich von einem Amboss zerschmettert werden, jedoch fehlen die Ambosse. Keine Ahnung, warum die plötzlich weg sind. Naja, also falls ihr kein Amboss da sein sollte, gebt einfach Kill ein. Gut, wir sollen Suizid begehen, wenn kein Amboss kommt. Kann ich euch hinnehmen. Habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, aber du schaffst das schon. Ja, ja. Sehr gut, ihr habt nun auch die nächste Aufgabe gemeistert. Nun müsst ihr euer Wissen einsetzen. Ein Gott muss klug und bedacht handeln können. Wie lautet die Relativitätstheorie? Ja, die Stheorie. Stheorie. E gleich M zu Quadrat. Wäre schon mal hier das erste Stheorie nicht passend. Ne? Das hier. Ja, hier. Hopp. So. Zack. Richtig. Ja, richtig. Ich folge dir einfach mal. Gut, so. Artemis Göttin der U. Äh. Der U. Artemis. Göttin. Äh. Uh, das weiß ich aber nicht so. Jagd und des Mondes. Sonne und Musik ist ja Quatsch. Oder? Ne, Sonnengott war doch irgendwas anderes. Ja, eben Jagd und des Mondes deswegen. Das kann gut sein. Jawohl, richtig. Haha. Guck mal. Musst du auch drauf drücken? Ja, musst du auch nochmal. Wow, das war jetzt schwer. Felix Baumgartner war uns den Göttern sehr nah. Dafür sollten wir ihn bestrafen, da er das Geld auch in bessere Dinge hätte investieren können. Bestrafen, da er keinen Aspekt gezeigt hat. Belohnen, da ist er viel Mut gezeigt. Belohnen, weil er den Weltrekord gebrochen hat. Das kommt ja jetzt auf die eigene Meinung der Götter an. Das können wir doch gar nicht wissen. Ich meine, Mut gezeigt hat er auf jeden Fall auch. Ja, er hat auch den Weltrekord gebrochen. Aber Weltrekord, ja. Mach mal das. So, denkt kein Gott. Wir denken kein Gott. Tut mir leid. Okay, da kommt ein Amboss, das stimmt. Ah, ist okay. Funktioniert doch. Ich wollte dich trotzdem wieder her. Oh, wenn sich die neue umbringen. Ja, schickst du mich extra vor, dass du feststellen kannst, ob dein Bug ist. Sehr, sehr freundlich. Ja, gerne doch. Jetzt müsste ich... Bist du schon wieder da? Hi, ja, ich bin hier. Ich geh aber doch mal neu drauf. Ich will mich bestrafen. Na, also geht doch. So habt ihr euren letzten Test auch noch bestanden. Welche der beiden Bestrafungen? Weil er keinen Respekt gezeigt hat. Ich hätte dir jetzt was anderes sagen können und wäre es auch nochmal geplättet worden. Ja, so ein bisschen. Hier ist ein Schalter. Den nehme ich mit. Und hier links ist nochmal so eine Kiste mit nochmal ein paar Diamanten. Ach so. Das ist also ein Besuch im Himmel. Lohnt sich schon. Ich habe schon 19 Diamanten hier. Ja. Platziert die Schalter auf der schwarzen Wolle. Äh, lustigerweise haben wir den ersten nicht bekommen, ne? Die Schalter? Ja, wir haben drei Stück. Wir brauchen vier Stück. Ja, aber es stand nach der ersten Aufgabe da, dass wir den Schalter irgendwo hinpacken sollen. Aber wir hatten nie einen. Deswegen bin ich einfach mal so frei und gebe mir noch einen. Wir können da ja Diamanten ranpacken. Die schalten nur nix. Außer du hast einen Schalter. Von dem ich nicht... Ich habe gar nix. Du hast gar nix. Also ich habe wirklich gar nix. Okay. Dafür hat sich jetzt hier eine Treppe gebildet. Mhm, mhm. Sehr freundlich. Und hier ist ein sehr, sehr bunter Tempel. Ja. Der Wolltempel. Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt es bis zum höchsten Punkt geschafft. Ihr befindet euch in meinem Tempel. Ihr könnt mich jedoch nicht sehen, da ich mein wahres Wesen niemanden offenbare. Ihr habt es fast geschafft. Eine letzte Aufgabe gibt es jedoch zu absolvieren. Ihr müsst eine furchtbare Kreatur aus der Unterwelt im Kampf besiegen. Den Wither. Sollte euch dies gelingen, könnt ihr euer Amt antreten. Ich wünsche euch viel Glück. Ihr scheint ein kompetenter Anwärter zu sein. Ich glaube, das wird nicht gehen. In die Unterwelt? Scheinbar. Ach. Jetzt kommt der Text hier nochmal. Ausrüstung. 64 Pfeile, 64 Bögen, 64 Schwerter. Ausrüstung. Jetzt kriege ich das schon wieder. Ich gehe mal ein paar Meter weg, dann kannst du nochmal drücken. So, all that. Aha, aha, aha. Ja, das heißt, wir können uns jetzt eine Armee aus 64 Leuten hier anschaffen. Wie bei jetzt? Ich habe es zweimal und du hast es einmal. Also wir können sogar ein paar über 100 Leute hier holen. Okay. Schreiben wir mal eben auf YouTube. So, teleport zurück wollen wir nicht. Wir wollen, let's begin the battle. Sicher. Ja, schätze mal. Ach, du hast gerade geöffnet da? Ja, richtig. Ah, oh. Jetzt hast du es wieder zugemacht. Nö, nö, nö. Das war schon so. Das war schon so. Ja. So. Ah, und hier soll gebettelt werden. Ja. Er weckt ihn zum Leben. Da ist so ein Wizard-Kopf und den müssen wir hier in die Mitte setzen. Ja, aber wie gedacht, er ist einfach dann nichts. Hätte da ein Kreatürchen draus werden sollen? Ja. Okay. Da sollte der Minecraft-Boss, der Wizard, rauskommen, aber... Ah, der ist so. Aber es geht nicht. Ja, ich käm mich da ja nicht so mit aus. Äh, ich kann höchstens ein Serverbefehl probieren. Spawnmob Wizard. Ach, guck mal, da haben wir einen. Au. Oh. Äh, da kann man drauf schießen, ne? Den kann man töten, ja. Okay. Dann kannst du zumindest probieren. Ich kann auch probieren, erstmal den Minecraft-Sound sehr lause, leiser zu stellen. Der schießt mit seinen Köpfen. Oh. Ah, das sind also viele von. Ja, scheinbar. Ich bin getroffen. Ja. Er kriegt übrigens nicht sehr viel Schaden. Ja, ich merk's. Muss ich erstmal treffen. Aua. Ich würde erstmal gerne... Ach so, genau. Oh, ich bin in eine Lava reingesprungen, weil er ein Glas hier kaputt geschossen hat. Das möchte ich aber einfach gekonnt ignorieren. Äh, ich brenne. Oh, ich bin in Lava. Ach, du auch. Äh, 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 verdammt, ich kann nicht raus. Du kannst dich ja gleich nochmal... Wieder beleben. Zu mir, Tal... Teleportieren. Buck. Ich backe jetzt. So. Äh, das ist aber ein bisschen ungünstig mit dem. Ja, du hast keine Rüstung. Du kannst ja nochmal hier rauskommen. Äh, ich wollte gerade hin. Ach, jetzt wird plötzlich ein Lebensbalken angezeigt. Achso, du hattest keinen? Äh. Oh, er macht gerade die ganze halbe Map kaputt. Okay. Ja, ich habe nur noch zwei Herzen. Ich möchte nicht unbedingt zu ihm rein, ne? Ich gehe mal rein. Hey. Hey. Da ist gerade das Obsidian kaputt und alles. Äh. Ich mache einfach mal ganz, ganz heimlich hier so. So. Ist er jetzt einfach abgehauen nach draußen, oder was? Ach, hat er die Wände jetzt aufgerissen? Der ist ja gerade bei. Der, oh, der ist aber, der ist aber aggro. Ist ein bisschen aggressiv, ja. Ich glaube, dem gefallen unsere Pfeile nicht so. Bin ich jetzt schon wieder in Lava reingefallen, ich glaube. Der kann zwar kein, kein, äh, Dingenschen wegbomben, aber durch die Wände durch halt. So ganz normal. So wie ich das zu Hause auch tue. Sobald man denn genug Schaden gemacht hat, kommt er einem auf den Boden. Okay, ich bin, ich glaube, kriegen wir den Tod? Ich weiß es nicht genau. Äh, ist halt die Frage, wo? Aua. Äh, nicht in die Lava. Na, ich bin, äh, äh, wo bin ich denn jetzt? Ach, hier drunter. Wie viel mussten der verlieren, dass der hier abhaut? Oder nach unten, nach unten geht? Äh, relativ viel. Ach, ich brenne halt schon wieder. Ab der Hälfte oder sowas, also ab jetzt sollte er gleich runterkommen. Ich versuche ihn ja die ganze Zeit im Schwer zu schlagen. Ja. Ich nehme mich einfach so ein bisschen wie ein wildes Hütchen hoch und runterhüpfe bei ihm. Ja, ja, ja. Äh. Ich treffe ihn ständig mit einem Pfeil, also, weißt du, ständig, wenn ich, wenn ich treffe. So. Na, komm runter. Junge. Ist er unten? Nee, aber... Aber der, der hat doch auch keine Beine. Ja, der gleitet dann so am Boden entlang, aber wenigstens. Äh, ich bin tot. Ich bin tot. Er ist runtergekommen. Ich versuche ihn. Ich habe es gemerkt, auf mich drauf. Backen. Geh weg. Böses Monster. Äh, wie komme ich denn jetzt sicher da zum Ding? Hast du ihn kaputt gemacht? Ich habe ihn kaputt gemacht. Oh, okay. Bin zwar selber fast wieder kaputt. Was liegt da jetzt rum? Ein Netastar. Uh, cool. Den braucht man, den musst du dir auch noch im normalen Minecraft LP holen. Was macht man damit? Da kann man diesen Beacon bauen, der einen so einen dauerhaften Buff gibt, solange man in der Nähe ist. Ach so, okay. Ah, verstehe. Genau, dafür muss man den töten. Okay. Äh, hier ging es runter vorhin. Da ist jetzt über Lava drüber geflossen. Ich versuche es mal wieder aufzuschlagen irgendwie. Äh, so hatte ich. Mit deinem Superschwert. Mit meinem Superschwert. Ach so. Oh, da ist Sand. So, hier ging es glaube ich runter. Ach, guck mal. Genau. Ja, hi. Hier war das schon vorher zu oder was? Nee, auf. Nee, das war vorhin schon offen. Okay. Oh, schön. Da. Ihr habt euch tatsächlich geschafft. Ja, viele sind gescheitert. Aber ihr, nun, gut. Opfert eure erhaltenen Visastern und es wird euch Einlass gewährt. Den hast du. Ich will den nicht hergeben. Naja. Alles Gute in eurer Berufslaufbahn. So, jetzt können wir hier warten. Wahrscheinlich wird jetzt nur... Ach, ach. Ich schrie dir einfach auf. Bitte erst lesen, bevor ihr fortfahrt. Kreator, mantags 2024. Vielen Dank für das Spielen meiner Adventure-Map. Ich hoffe, sie hat euch einigermaßen gefallen. Ich will den Betatester A, P, Bux, Niklaus, 2706. Score 60. Äh, ich hab 24 Diamanten gesamt. Bei mir zeigt er hier 14 an. 14 plus 24 sind 38. Naja, nicht ganz. Ja. Naja. Warum man da mal nicht irgendwie, äh, was unterstellen? Gut. Ja. Die Map von außen brauchen wir nicht mehr angucken. Schauen wir mal, was das noch macht. Gar nichts. Cool. Ja, dann war die Map. Eine sehr himmlische Map. Ja. Also, ich fand jetzt eigentlich ganz nett. War ganz nett. Ein paar Stellen fand ich ein bisschen zu schwer. Also, mit den Items waren, waren ein bisschen ungünstig. Gelöst, ja. Weil wir so viele von bekommen haben. Bisschen ungünstig getestet. Oh, ich will in der Wüste. Ja, durch das ganze Teleportieren. Upsala. Äh, Sichtweite. Okay, weit. So. Ich will mal wieder was sehen können hier. Ach, guck mal hier. Ich sehe die ganzen Amboss-Türme. Ach so. Die falschen Antworten. Okay. Ach, da oben ist noch der ganze Rest. Ich kann dir, äh, kannst, warte. GM1, Lordram. Ich pflege. Er pflegt. Da siehst du diese schönen Amboss-Türme. Ja. Und da sind die Amboss eben so richtig draufgeschlagen. Ja, schön. Ja, ist ja schön. Ja. Und die Schienen führen wahrscheinlich dann wieder zu der Merpinta. Sieht halt alles von außen sehr industriell aus. Ja, wie immer. Ja. Guck hier sogar ein Teleport zur nächsten Station. Da unten waren wir schon, genau. Und hier oben ist der Himmel. Und es regnet. Hätte ich ein bisschen albern gefunden, wenn es oben auf den Wolken geregnet hätte. Ich glaube, da regnet es gar nicht. Oh, doch. Ja, da regnet es auch. Ja, es wird ein bisschen komisch wirken. Gott sei Dank hat es nicht geregnet. Ja. Doch, aber war eine ganz schöne Map. Vom Aussehen her auch. Ja. Wurden sich auf jeden Fall Gedanken zuge- äh, gemacht. Ja. Könnte vielleicht halt das irgendwie noch besser lösen, dass man nicht unbedingt da auf dem Rand drüber klettern kann. Bei manchen Stellen, dass man es erst gar nicht erwähnen muss, dass man es nicht machen soll. Macht überall Lava hin. Überall. Natürlich. Den Wisserkampf ist halt ein bisschen schwer zu lösen. So. Ja. An sich. Aber doch, sonst kannst du nicht. Muss ich dem Map ja eine Note geben. Muss, machst du das noch? Das mache ich noch. Ah, so. Hier oben war noch auf dem Thron was. Ach, ein paar Diamant-Hunde. Ach, hier war eine gute verzauberte Diamant-Rüstung. Hätten wir uns doch ein bisschen umgesehen. Hätten wir eine Wisse auch einfach. Hier hätten wir hochschwimmen können oder was? Ja, genau. Ja. Da wären ja dann gute Rüstungen in der Truhe gewesen. Oh, zwei Stück und jemanden. Blast Protection und sowas. Da hätte uns keinen Schaden gemacht, so ziemlich. Ach so, okay. Ja. Ach, schön. Ja, ach, schön, aber zu spät, weil wir einfach direkt auf die Druckplatte sind halt, ne? Ja, stand da ja auch. Geht sofort und ohne Umwege da drauf. Sonst gibt es keine 4000 Euro. Genau, und die brauchen wir, die 4000 Euro. Ja, natürlich. Wofür sollen wir denn sonst unser Startkapital haben als Gott? Echt, ey, eben. Ja, können wir uns ein paar Mütze... ...straßen kaufen. Willst du eine Note geben? Darfst du auch gerne. Ich hab doch keine... Ich hab... Nee, ich hab keine Ahnung, wie das so im Verhältnis alles ist, was du sonst hast. Ich kenn ja jetzt nicht alle deine Maps auswendig. Ja, okay, dann... Wie fandest du diese Map generell? Würdest du sie weiterempfehlen? Ja, doch. Ich hoffe... Also, fand ich eigentlich ganz ordentlich. Ja? Ja. Ja. Ich auch. Bis auf die Tatsache, dass da eine Schalter gefehlt hat. Ja. Warum auch immer. Ein paar technischen Krempel halt, ne? Ja. Ja. Sonst geb ich dir einfach mal so... Ein... Halbes Haar. Nein. Ein A. Eine einzelne Strähne. Ja. Eine Wollsträhne. Ja. Ist das jetzt der Wollturm gewesen? Der Wuhlturm, wo wir hinwollten, oder? Ne, da waren wir ja doch, oder nicht? Da oben. Ist das... Aber da ist auch Stein. Ja, da ist auch Wolle drin. Aber der andere war ja auch aus Wolle, da wo wir am Anfang, glaube ich, waren. Das bunte Ding. Vielleicht war das ja schon das... Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Nö. Aber gut. Würde sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Letzte Adventure in Minecraft. Bis dann, euer... Rahmschnitzel. Auch wenn er das nächste Mal nicht dabei ist, aber trotzdem. Und euer Zombie. Ja, tschüss. Tschüss. Tschüss.